Der Moderator und Schauspieler Dirk Bach ist tot, das sagte der Sprecher des Schlossparktheaters Berlin, Harald Lachnitz, der Nachrichtenagentur und bestätigte damit eine Meldung der Zeitung BZ. Im Laufe des Abends wollte das Theater weitere Informationen zum überraschenden Tod des 51-Jährigen mitteilen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020